hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen heute das spiel absurd wie man sieht und ja ich kenne das spiel noch nicht ich habe noch ein paar bildchen dazu gesehen und man soll wohl unter wasser schwimmen irgendwie nichts mit kraften mit rumballern oder so einfach so ein entspanntes schwimmen die unter wasserwelt auf sich wirken lassen und ja wir lassen uns überraschen man hat es in den options gesehen ich kann die lautstärke ingame leider nicht einstellen was mich ein bisschen ja was ich schade finde ok grafik bis jetzt ist so comic haft feiere ich sehr ja gut die taucher hätten sie ein bisschen besser machen aber ich glaube von dem sieht man nicht viel so da hinten ist festland zum tauchen und wie gesagt das ist nichts zum rumballern oder sonst irgendwas man ja wie gesagt es ist nichts zum rumballern oder sonst irgendwas man ja Erkundet hier einfach die Unterwasserwelt in dem Spiel. Und ja. Ihr habt es ja gesehen. Ich spiele komplett auf Ultra. Aber. Es ist halt im Comic-Style gehalten. Und es sieht einfach nur Baba aus. Die Steuerung ist ein bisschen, naja, sehr verzögert. Oh, das sieht richtig nice aus. Also, ich kann mich hier nicht beschweren. Also, ja. Da blinzelt etwas. Da wollen wir doch mal hin. Okay, was passiert jetzt? Äh. Hui. Hahaha. Geil. Wow. Schwimmt das Teil jetzt mit mir mit? Oh, da unten ist noch was. Ja, die Steuerung ist, naja, so lala. Okay, es gibt wohl Items, die man hier finden kann. Da hinten blinkt wieder etwas. Man hört es bestimmt auch an meiner Stimme. Ich bin leicht erkältet. Und dafür muss ich mich leider entschuldigen, ne? Äh. Jetzt habe ich schon zwei Sonneteile, okay? Ja, ich habe noch... Oh, Hallöchen. Hallöchen. Bringt hier irgendwas? Nö. Oh, das sieht richtig gut aus. Also, naja, es... Es ist einfach mal ein Spiel, um runterzukommen. Nicht immer nur diese ganzen aufregenden... Das aufregende Geballer und alles. Na? Da hoch wollen wir doch. Ach, diese Steuerung. Ganz ehrlich. Das hätten sie besser machen können. Oh, was ist das denn? Ähm, okay. Wo bin ich jetzt? Oh, sieht das schön aus. Ähm, ähm, ähm. Das sieht ja mal schön aus. Ach, da gibt es sogar mehrere, oder wie? Ja, naja. Oh. Oh! Okay, also müssen wir hier wohl doch Sachen finden und aktivieren. Interessant. Nicht schlecht, ei, was ist hier denn? Ist das auch wieder ein Tor? Neh. Okay. Okay. Oh! What the fuck? Ähm. Ja, gut. Nach unten möchte ich nun nicht gerade schwimmen. Ähm. Nö. Man kann den Sound leider nicht einstellen. Schade. Oh! Oh! Wie? Was ist jetzt los? Erstes Level komplett oder wie? Es dauert ganz schön lange das Laden. Oh! Aha, wo ist denn unser gelber Begleiter hin? Der ist weg. Schieß. Aber das sieht richtig schön aus. Ich würde mir wünschen, dass man die Kamerageschwindigkeit auch irgendwie einstellen kann. Oh, okay. Ähm. Ich weiß nicht, was hier gerade vor sich geht. Oh, Delfina! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist sehr heil! Oh, das ist sehr heil! Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleib entspannt, bis zum nächsten Tag. Bye, bye!